Mein Name ist Elspierter Huse, ich studiere im Bachelor an der Wirtschaftsunie Wien Internationale Betriebswirtschaftslehre und ich bin Vorstand bei Icons in Wien. Icons ist Österreichs größte studentische Unternehmensberatung. Das heißt, wir als Studierende alle möglichen Fachrichtungen beraten Unternehmen, sei es jetzt Startups, KMUs, aber auch ganz große internationale Konzerne. Wir haben zwei Standorte, einen in Innsbruck, einen in Wien. Derzeit bauen wir gerade einen Standort in Graz auf. Unser Team besteht aus 50 Mitgliedern von allen möglichen Fachrichtungen, sei es jetzt Psychologen oder ganz klassisch BWLer. Wir haben auch Leute von der TU und seit kurzem haben wir sogar einen Mediziner bei uns im Team und dadurch können wir natürlich sehr viel voneinander lernen und gemeinsam mehr bewirken als jeder Einzelne. Die Leute, die hierher kommen, die mit uns dann zusammenarbeiten und einen Teil unseres Teams werden, haben Drive und wollen wirklich was bewegen. Wir haben bei Icons auch so einen inoffiziellen Leitsatz, wo wir sagen, Icons ist das, was du daraus machst. Und es stimmt wirklich, also umso mehr Energie und umso mehr Kraft und umso mehr Zeit du hineinsteckst, desto mehr bekommst du dann auch heraus und Icons ist der Ort, wo du deine Ideen und deine Initiativen verwirklichen kannst. Viele unserer Mitglieder haben es beim Beraten nicht gelassen, sondern haben selbst aktiv Fuß gefasst in der Startup-Szene und haben ihre eigene Idee verwirklicht und selbst ein Startup gegründet. Also wie man sieht, ist Icons sehr aktiv in der Startup-Szene vertreten. Ein aktuelles Icons-Projekt derzeit ist die Unterstützung von Glaceau Vitamin Water bei ihrer Kampagne Door to Success. Ist eine ziemlich coole Sache, wird auf der Wiener Marilfer Straße stattfinden am 20. Mai. Da haben Startups die Möglichkeit, ihre Idee von Investoren in einer riesigen Plexiglas-Box auf der Wiener Marilfer Straße zu pitchen. So, dass jeder sie sehen kann, aber niemand sie hören kann. Also das Ganze ist ein richtig cooles Event, Door to Success Pitching Event und eine solche Startup-Förderungsinitiative unterstützen wir als Icons natürlich sehr, sehr gerne. Mittlerweile blickt Icons auf über 120 zufriedene Projektpartner zurück. Wir haben Kooperationen in ganz Österreich, aber das, was Icons eigentlich wirklich ausmacht, sind die großartigen Persönlichkeiten, die du hier antriffst und das Netzwerk, das du dir dadurch auffangen kannst. Auf der Wiener Marilfer tenga gep相声 zu出ung. sie angetaten�どう hier zu声en? Wir schauen uns jetzt um wunsend None ein weiteres paciel unddırsenz in nerven.